Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim Part 64. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren, also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ja, 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 interessiert mich jetzt nicht. Ich will jetzt teleportieren. Und zwar zur Moosmutterhöhle. Denn... Die Sache mit dem Schrei da drin, diese Energiequelle, ist ja dann praktisch um die Ecke. Will ich mir da natürlich schnappen. Boah, kalt. Mir ist gerade etwas kalt. Warum auch immer. Stirb, du Spinne. Und weg ist er. Du, 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 du. Ich komme immer näher. Wo kommst du denn her, du Elch? Was willst du von mir? Karte. In was war es nochmal drin? Das war das. Das war die Höhle. Also muss ich dich doch töten. Erster Einsatz von Elementar-Raserei mit Dolchen. Orkischer Dolch. Und ich habe noch irgendwo ein anderer Dolch. Na. Was? Tja. Stirb! Na, was hast du bei dir? Gold, kleiner Seenstein. Wie gut ist man zwängendurch? Elf. Hm. Rein da. Da sind sicherlich noch mehr von denen. Ist das alles, was ihr könnt? Haha! Weg bist du! Warum hast du so einen Riesen-C? Irgendwie guckt mir das hier bekannt vor. Sechs-Facher-Schaden. Oh Mann. Bin ich gleich in die Falle reingeraten. Das sind hier ziemlich viele. Da oben lehnt einer. Was? Was? Und das nenne ich mal Pech. Das ist einfach ins Rosa. Das ist einfach ins Rosa. Schnellheilung. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich gebiete dich. Kommt hinterher. Kommt! Hm, brauchen wir eine Ausdauer. Nö, 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 nö. Das wird nichts. Wint. Schwierig für den Iskamoah. Aha! Hm. Ne, 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 ihr tötet mich nicht. Leite mich! Ja. Schöp endlich! Boah! Großer Kampf mit ganz vielen. Von diesen Totenbeschwörern. Er hat eine Gold noch. Hm. Au! Fiese Falle. Adept. Hm. Nein! Nein! Geht doch! Ich nehm alles mit. Hier. Hm, hm, hm. Zieh hoch. Fallmebogen. Geht doch! Hm, komm da wieder raus, du. Und ich höre schon den Drachen schrei, Heilung. Was war das? Wie einfach nicht registriert, dass er angegriffen wird. Ich will ihn nicht bewegen, ich will ihn durchsuchen. Was ist hinter der Tür da? Boah, hier ist noch eine starke Heilung. Au. Starker Heilung. So, und jetzt kann ich da durchgehen. Und was ist hier drin? Ja, das ist ein Adept. Wo bist du? Na komm. Und weg bist du. Und weg ist er. Na, explodier jetzt mal. Was war das für eine Falle? Du hast nur Feuersalze. Also schrei. Gib mir deinen Schrei. Entfer... Au, Feueratem. Gold. Hört die Bälle. Hört die Bälle. Wo führt mich das hin? Ah, wieder hier hin. Der Drachen-Schrei ist erlernt. Ich kann hier wieder raus. Oh, von diesem Fall habe ich gar nichts gemerkt. Und raus hier wieder. Ja. 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 ein Jäger ich würde sagen hier beende ich den Part und das verletzte Skyrim Part 64 und bis zum nächsten Part